Moin moin und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich ein paar Leakstarter Builds vor, mit denen ihr locker flockig in die Incursion League starten könnt. Ich habe ein paar Mapper, ich habe ein paar Bosskiller und ich habe einen Lab Farmer für euch. Also im Grunde egal was ihr machen wollt, in der Incursion League für jeden ist was dabei. Schon mal direkt vorweg, da ist kein Trapper bei, weil ich mich mit Trapper noch nicht wirklich auskenne. Aber Spoiler, mein Leakstarter wird ein Trapper. Den stelle ich aber in einem anderen Video vor. Kommen wir zu dem ersten Bild, ihr habt es schon gesehen. Thunders Slayer, super einfach zu leveln, super guter Leakstarter, super schnell, auch später in Maps. Man kann ihn auch recht hoch skalieren, je nachdem an was für Waffen man rankommt. Und wenn man diesen noch weiterspielen und aufs nächste Level hieven möchte, kann man später sogar noch auf Reef Blade Flurry wechseln. Dann ist er noch ein bisschen schneller und hat noch mehr Single Target. Aber mit Thunders kann man im Grunde den ganzen Atlas freispielen. Man kann mit dem Bild auch locker flockig das Uber Lab machen. Ich habe Uber Lab gemacht auf Hardcore mit einer Tabula an, kein Problem. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man die Dark Shrines einsammelt und die Zwischenphasen richtig spielt. Weil sonst kann Isaro ziemlich gut Damage rauskloppen und One-Shotted einen vielleicht. Aber wenn man das Lab vernünftig spielt, kein Problem mit diesem Charles Lab zu machen. Als nächstes haben wir noch einen Mapper, der aber auch ganz gut Single Target Damage rauskloppen kann. Den Blade Vortex Elementalist. Dieser Bild wird mit 3.3 gebufft. Blade Vortex stackt jetzt nicht mehr bis 20 hoch. Das heißt, man bekommt schneller die maximalen Stacks. Man muss nicht ganz so viel casten. Das sorgt dafür, dass der Bild sich flüssiger anfühlen wird. Also falls ihr bislang noch nicht mit Blade Vortex warm geworden seid, weil euch die Spielweise nervt. Muss ich zugeben, hat mich auch genervt. Es wird besser mit 3.3. Zusätzlich bekommt Blade Vortex Val Blade Vortex quasi kostenlos dazu, weil die Val Gems ja jetzt mit den normalen Skill Gems zusammengelegt werden. Das heißt, man kann die im selben Setup haben und hat einfach zusätzlich zum normalen Blade Vortex von Zeit zu Zeit einen Val Blade Vortex. Alles in allem sorgt das dafür, dass Blade Vortex um einiges stärker wird mit 3.3. Das Leveln ist extrem angenehm mit Blade Vortex. Man muss nur gucken, dass man ein paar Duration Nodes mitnimmt. Wobei das jetzt ja vielleicht nicht mehr so wichtig ist, weil man schnell an die Max-Stacks rankommt. 10 Stacks sollte man auch so oben halten können. Müsst ihr mal ausprobieren. Als nächstes haben wir einen alten Bekannten, den Frostball Totem Hierophant. Man kann das Ganze auch mit Freezing Pulse oder Glacier Cascade spielen. Da muss man nur ein paar Anpassungen machen. Nichts Großartiges, hauptsächlich die Jewels. Es ist ein Totem Build und Totem Builds sind ja sehr sicher zu spielen. Man kann einfach hinten stehen, die Totems machen die Arbeit. Mit 3.2 hat dieser Build nochmal einen ordentlichen Schub bekommen. Das Guide Video ist zwar aus 3.1. Aber das Einzige, was sich verändert hat, und das steht da auch in den Kommentaren, ist die Ascendancy. Und auch nur in dem Maße, dass es einfach nur stärker geworden ist. Also nichts mechanisch verändert. Der Build ist super einfach zu leveln. Man kann mit Mind Over Matter spielen. Wie man in dem Video-Footage sieht, hat der Build hier gerade 9k HP. Und das mit einer Tabula ist akzeptabel, würde ich sagen. Das Coole an dem Hierophant ist, man kriegt 10% Mind Over Matter. Das heißt, wenn man dann später noch eine Cloak of Defiance anlegt, kriegt man bis zu 50% Mind Over Matter. Und dann kann man eigentlich gar nicht mehr sterben. Absolut lächerlich, wie stark das ist. Noch ein alter Bekannter. Und hiermit leite ich jetzt den Übergang ein zu den Bosskillern. SRS ist noch ein Mapper, aber wie ich ja immer sage, SRS ist nur die Übergangsversion zu dem Specters Necro. Und der Specters Necro kann dann entweder als Mapper oder als Bosskiller gespielt werden. Wobei das mit 3.3 noch näher zusammenrückt, weil Day das ja generft wird für Burning Damage. Das funktioniert nur auch mit Ignites. Das heißt, Tukuhamas Vanguards sind nicht mehr im Spiel quasi, denke ich. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat, aber 200% More Damage zu verlieren ist schon ordentlich. Also ja, SRS super einfach zu leveln, man braucht kein Gear, man kann sich sein Gear sogar selber craften. Man kann sich ein Falllink plus 1 selber craften. Näheres dazu aber in dem Guide. Also bis in die mittleren Maps rein kann man SRS super gut spielen. Man hat einen super hohen Clear Speed. Dann fällt es aber ein bisschen ab. Und dann sollte man zusehen, dass man das notwendige Gear bekommt für die Specters. In den meisten Fällen werden es Solar Guards sein, weil Solar Guards haben einen super hohen Clear Speed und einen super hohen Single Target. Man muss nur ein paar Gems auswechseln teilweise. Und für Specters Necro braucht man trotzdem noch kein Gear. Hier zu sehen jetzt der angesprochene Specters Necro mit Solar Guards. Nur 3 an der Zahl, weil man kann diesen auf mehrere Weisen spielen. In diesem Fall seht ihr hier die Vollmagic Find Variante. Das heißt mit Gold Worms, das heißt ohne Ulrich Schuhe, das heißt minus 1 Specters. Wenn ihr aber kein Interesse an Magic Find habt, warum auch immer, und auf Nummer sicher spielen wollt, zum Beispiel weil ihr Bosse farmen möchtet, dann spielt ihr mit den Ulrich Schuhen, weil dann kriegt ihr 1 Specters mehr. Ist halt super angenehm. Man muss selber nichts machen, außer ab und zu nur Offering casten. Oder in dieser Map sieht man das zum Beispiel, dass man die Specters eventuell mit Convocation mal wieder um die Ecke holen muss, weil die sehr verwinkelt ist, die Map. Kommt halt auf die Maps an, die man spielen möchte. Wenn man dann bei einem Boss steht und einem der Schaden fehlt, kann man ganz einfach GMP, das sieht man hier, Greater Multiple Projectiles ist aktuell gesockelt, weil wir halt den Clearspeed wollen, ganz einfach austauschen gegen Slow Approach. Dann hat man nur noch ein Projektil, aber dieses eine Projektil ballert dann richtig. Und man kommt super einfach an Gear ran mit diesem Build. Und ich zähle die Specters jetzt auch mal zum Gear. Man kann einfach eine Oberst Curse Trove Map spielen. Die letzte Zone von dieser Map ist eine Level 84 Zone. Und dort kann man sich dann Level 84 Solar Guards beschwören. Aber dafür braucht man eine Level 20 Desecrate. Also das solltet ihr definitiv mitleveln, während ihr noch die SRS Variante spielt. Ihr braucht eine Level 20 Desecrate, wenn ihr den Wechsel zu Solar Guards machen wollt. Und eine 5 Link Vismortis schadet auch nicht. Man kann anfangs noch mit einer Tabula spielen, aber ich empfehle den Wechsel erst, wenn ihr eine 5 Link Vismortis habt und ein Level 20 Desecrate. Hier sehen wir noch einen alten Bekannten, den Glacial Cascade Mines Sabotur. Das ist ein reiner Bosskiller. Man kann ihn in Maps spielen, aber er ist ziemlich langsam. Dann sollte man doch lieber einen Kinetic Blast Miner spielen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Glacial Cascade, super einfach zu leveln. Man one-shottet die Bosse einfach direkt in die nächste Phase. Man kriegt quasi keinen Schaden, weil die nichts machen können. Problem ist, man kriegt Glacial Cascade erst ab Level 28. Das ist ein bisschen nervig. Aber ab Level 28 wird super angenehm. Kleines Manko für SSF. Im Idealfall hat man zwei Detonate Mines Gems. Ist vielleicht ein bisschen schwierig für SSF. Man braucht sie nicht unbedingt, aber sie machen das Leben doch um einiges einfacher. Da es ein Spell ist, eine Plus-1 Tabu kostet nichts, gibt extrem guten Bonus. Man kann anfangs mit einer Tabula spielen, kein Problem. Es bedarf vielleicht ein bisschen Übung. Die Mainz-Spielweise, vor allem mit Glacial Cascade, ist sehr Positioning-abhängig. Das heißt, wenn es am Anfang noch nicht so rund läuft, gebt nicht direkt auf. Weil die Hauptprobleme von eurem Build sind wahrscheinlich dann eher Positioning-Probleme. Im Grunde wollt ihr eigentlich nie getroffen werden, weil ihr habt nicht die beste Defense. Ihr wollt eure Glacial Cascade nicht im Nahkampf benutzen, sondern eher auf mittlerer Range. Das hat ein bisschen mit dem Überlappen von den AOEs zu tun. Glacial Cascade ist nicht nur ein Tick, sondern mehrere Ticks hintereinander. Und diese AOEs von diesen einzelnen Ticks überlappen sich teilweise. Wenn man aber ganz im Nahkampf steht oder auf Max-Range, dann wird der Gegner nur von einer dieser Zonen getroffen. Das heißt, man verliert massiv Schaden. Wenn man dann später noch möchte, kann man das Ganze auch in der Low-Life-Variante spielen. Das bedarf dann aber einem erheblichen Investment. Aber ist dann auch fähig, sehr gut Uber-Elder zu killen. Vielleicht nicht farmen, weil es doch immer noch ein bisschen risky. Aber für Softcore definitiv ein sehr guter Uber-Elder-Killer. Shoutout an Noob Exile. Der killt ja regelmäßig Uber-Elder mit seinem Low-Life GC-Minor. In Hardcore sogar. Krasser Typ. Der streamt auf Twitch, stattet den Besuch ab. Und dann haben wir zu guter Letzt, wie versprochen, noch einen Lab-Farmer. Das ist der beste Lab-Farmer, den ich bisher gespielt habe. Blade Flurry Juggernaut. Der Guide ist genau wie der Guide vom Glacial Cascade-Minor. Schon ein bisschen alt, aber es hat sich nicht wirklich was verändert. Juggernaut ist im Grunde nur stärker geworden. Sabotur ist im Grunde nur stärker geworden. Kann man den genauso spielen wie vorher auch. Falls nicht, sind die Updates alle in den Kommentaren gelistet. Schaut da einfach nach. Gepinnter Kommentar, da stehen dann die wichtigen Sachen drin. Falls sich irgendwas Großartiges geändert haben sollte. Blade Flurry Juggernaut nimmt im Lab keinen Schaden. Absolut unsterblich, das Ding. Kleiner Nachteil. Man braucht sie nicht unbedingt. Sie machen das Leben aber um einiges einfacher in den Traps. Ich habe hier zwei Calm Sways an. Das war noch zu einem Zeitpunkt, wo die extrem günstig waren. Da waren die Preise weniger als ein Ex. Ich habe eine Weile auch ohne diese Calm Sways das Lab gefarmt. Man hat ein bisschen Fallenschaden genommen. Das heißt, wenn man auf Zack ist und nicht in den Fallen einschlafen will, kommt man auch ohne diese Ringe aus. Aber das nur ein Disclaimer. Wenn man nicht der beste Fallenläufer ist, sollte man diesen Bild vielleicht nicht als League Starter spielen. Weil dann will man die Calm Sways haben. Weil wenn man die Calm Sways hat, nimmt man überhaupt keinen Fallenschaden mehr. Aber ja, das nur als Warnung. Der Char ist super chillig zu leveln. Man spielt einfach mit Sunder. Und wenn man dann den Übergang machen möchte ins Lab, also wenn man seine Uber Trials hat, dann switcht man erst auf Blade Flurry. Weil Blade Flurry ist einfach super langsam in den Maps. Vor allem im Vergleich zu Sunder. Sunder ist halt recht fix. Und im Lab will man eh nicht so viele Monster töten. Man braucht ja eigentlich nur den Single Target. Und da ist Blade Flurry halt super. Ja, das soll es schon gewesen sein. Ich weiß, da waren viele alte Builds mit bei. Aber das liegt einfach daran, weil die Builds immer noch mit die stärksten League Starter sind. Und ich euch keine Hipster Builds andrehen will, nur um ein paar Reddit Punkte zu bekommen. Nachher ist es wieder, oh, der Build ist scheiße, ich kann damit nicht leveln. Ja. Sollte mit diesen Builds nicht passieren. Falls ihr doch Probleme haben solltet, scheut euch nicht in den Kommentaren zu fragen. Einfach ordentlich die Frage formulieren. Ich versuche auf alles zu antworten. Vielleicht helfen euch auch noch andere. Gerade bei den alten Builds sind viele Fragen wahrscheinlich bereits beantwortet worden. Guckt einfach in den Kommentaren nach. Vielleicht ist eure schon dabei, dann braucht ihr die gar nicht nochmal stellen. Aber selbst wenn ist auch nicht schlimm. Viel Spaß in der League. Viel Erfolg in der League. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben. Und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra. Erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.